CF entwickelt worden. Auch ein recht Markantes. Eine noch windschnittigere, abgerundete Zugspitze und große Fenster sind die auffälligsten Merkmale. Im Übrigen sind 7 und 9 vor allem für die USA gedachtes und dort derzeit ein Amtrak ausgeliefert wird. Der mögliche Konkurrenzkandidat ist der Velaro Novo von Siemens Mobility. Dieser basiert auf der Seite dem Ideen.